Hallo, das ist wieder German Let's Play. Auch ein Nachtteil an Sims 4. Es ist noch nicht ausgereift. Es ist noch lange nicht ausgereift. Hier geht noch alles durch die Wand durch. Aha, das war bildlich gemeint. Ja, ich werde es nach da schieben. Nein, ja. Kann man hier eigentlich irgendwas interagieren? Nee, oder? Da ist ein Zahnrad. Aber ich kann es... Hallo? Hm. Okay. Ich verstehe es einfach nicht. Belassen wir es dabei. Sie... Oh, sie müsste doch schon langsam... Oh, sie arbeitet gerade auf Level 6, du. Wieso? Äh, was fällt sie gerade? Säubern, ja. Säubern ist gut. Und danach geht sie mal ins Handy und suchst hier auch mal einen Job. So, aber ich glaube, wir machen irgendwas musikalisches. Weiß jetzt ist... Oh, aufwischen kann ich ja auch gleich noch. Danach suchst du dir einen Job. Und, ähm... Was wollte ich sagen? Da sind keine Lampen drin, fällt mir gerade auf. Egal. Ich... Äh, was braucht er eigentlich für seinen Job? Vier... Vier Stunden Videospiele spielen. Drei hat er. Gut, dann muss er nur noch ein wenig zocken. Man muss arbeiten gehen in zehn Stunden. Wann ist er fertig mit schlafen gehen? Dauert noch ein wenig. Höh. Sie sucht hier gerade einen Job und es ist wieder... Oh. Irgendwie, das ist bei mir bei vielen Spielen so, dass einfach alles mal stehen bleibt. Aber nur insofern ein paar Frames, ne? So, das fischst du jetzt auch auf. Und danach suchst du dir einen Job. Und danach kannst du auch schlafen gehen. Scheiß auf deine sozialen Kontakte. Boah, wirf mir Kachchen. Du darfst erst schlafen, wenn du einen Job gefunden hast, okay? Mach schneller. So. Malerin. Ne, sie hat... Ähm... Ähm... Das gibt's nicht. Hä? Gibt's nix. Erinnern sich die Angebote? Weil es gibt nichts Musikalisches. Oder gibt... Oder gibt es generell nichts Musikalisches? Dann würde ich mal sagen... Mh... Verbrech... Wow, 90 Stunden. Das will ich mir auch nicht antun. Live... 26. Achso, Norden würde ich wahrscheinlich nehmen, weil die am meisten verdient. Aber... Arbeitet auch noch eine Stunde länger. Du wirst Astronauten. Bist voll zu dumm für alles, aber wirst ein Astronauten. Was muss man machen dafür? Mit drei Sims erfolgreich über den Weltraum geschwärmt. Lässt dich machen. So. Lach... Lache ich gerade im Schlafen? Ich denke über Kunst nach, oder? Ne, über Furzküssen. Und über den Grabstein. So, ich bin fertig. Bin bereit für das Essen. Aber geh erstmal duschen. Hol mir dann was zu essen. Gericht nehmen. Und schau dabei Fernsehen. Und zwar... Ich schau die Nachrichten. Früh schau ich mir immer die Nachrichten. So. Oh, 6 Uhr früh ist, meine Güte. Das ist ja voll früh. So. Die schlafen noch bei der Mutter. Sie hat Hunger. Gibt mir eher was zu essen. Na, hat er eigentlich nicht verdient. Ne, du kochst mir... Na, kochen ist so doof. Du kochst mir was. Ach ja, ich hab keine Tomaten. Eine Familienportion. Dann reicht's ja wenigstens. Und... Danach gehst du... Pissen. Und... Sozial. Scheiß auf Sozial. Geh doch pissen. Hä, Moment. Wolltest du nicht was kochen gehen? Was? Hörst du zu stöhnen? Ist ja schlimm mit der. Stöhnt ja... Die stöhnt ja mehr als... Sascha Gray. So. Was mit dem? Der schlägt. Der schlägt immer noch. Okay, mir geht's langsam gut. Man muss sich arbeiten. In zwei Stunden. Ja, das hält man noch durch. Da kann man ja... Was kann man jetzt halt noch machen? In zwei Stunden? Ja, doch. Äh, machen wir ein surrealistisches Gemälde. Und wieder ein mittleres. Äh, ja, das können wir auch wieder nur noch anfangen. Okay. Was ist mit dem los? Der ist glücklich. Ah, der kümmert sich selbst schon drum. Gut. Dann würde ich mal sagen... Wir spulen wieder weiter. Weil er gleich arbeiten muss. So. Und weg damit, weil du jetzt arbeiten musst. Brech das ab. Du musst arbeiten. Du musst arbeiten. Du musst arbeiten. Geh ab. Gut, danke. Kommt zwar jetzt schon eine Viertelstunde zu spät, aber pfff. So, die quatschen gerade schön. Brihanna. Brihanna. Du bist doch der Willi. Ja, komm, lass uns eine Puppe nehmen. Komm, lass uns eine Party machen. Ja, das ist der Willi. Ja, mit Faustfutter um allem. Eine Party mit Faustfuss. Du stinkst voll. Äh. Das reicht mir. Ich geh jetzt weg. Pff. Hier. Ich nehm das Geschirr aber mit. Mach ich gerne. Ha. Wer hat es da liegen lassen? Ich glaube ich. Du. Was war das? Kann ich die mitnehmen? Nee. Der hat sich gerade teleportiert. Gut. Wann muss der Willi arbeiten gehen? In neun Minuten. Ja, da pisst er erstmal zu Ende. Was? Der braucht zehn Minuten zum Pissen. Und sie. Warte mal. Sie müsste auch irgendwann arbeiten gehen. In drei Tagen erst. Ja, krass. Dann würde ich mal sagen. Hm. Die darf weiter plimpern. Plimpern, 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 plimpern. Plimpern. So. Da ist schon wieder einbrenn. Ah, das kann man auch da reinhauen. Cool. Cool, cool, cool. Oh, wir spulen jeder vor. Ja. Uff. So groß ist können wir ja nicht machen. Das ist doch langweilig, wenn alle arbeiten sind. Ne, du hörst jetzt auf. Gehst nach draußen. Und redest mit Leuten. Dann würde ich... Ja. Die Kamera ist scheiße. Dann würde ich mal sagen, du redest einfach mal mit irgendwelchen Leuten. Ich suche welche. Sind die alle auf der Arbeit? Da ist jemand mehr, der ist böse. Der ist wütend. Ist gerade nicht in Stimmung. Hm. Nicht computer... Warte mal. Wir halten das Scherz an. Und suchen die Freunde. Da. Ist schönes... Sportliches... Paar. Na ja. Geht so. Geht so, geht so, geht so. Freundlich vorstellen. Komm, schnell her. Oh, sie ist nicht mehr so sportlich. Wie die noch in so einem Zettel beläuft. Ich mag Autos, ganz, ganz, wum, wum, schnelle. Autos, die sind so schön. Dieser Sportwagen. Ha, du hast recht. Und ich mag schlafen. Ich mag schlafen ganz gern. Schlafen, die so schön, weißt du. Ja. Ja, wie soll das auf, Alpaka-Fenn. Ich schlafe, du? Wieso habe ich es gerade vom Zettel bekommen? Warte, wieso habe ich gerade Geld bekommen? Hat die mir etwa Geld zugesteckt? Ah, sie ist gemein. Warte, warte. Dann pausieren wir das mal. Oh, wir sind gerade im roten Bereich. Auswahl. Wir sind gerade mal gemein zu ihr. Andeuten, Mutter sei ein Lama. Das machen wir. Oh, ja, die hasst uns. Doch, doch, wir machen uns nah. Wir, wir, wir. Oh, die verspottet weiter. Die verspottet. Ja, wir verspottet. Ja, wir verspottet. Ja, wir verspottet. Ich mag Kaffee und ich mag es mal. Ich brüliere es an. Du bist nicht gut, gerne nicht gut. Du bist mal, du bist sowas von mal, 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 du stinkst auch noch. Du bist gar nicht gut, ich mach den Daumen runter, blä, blä, blä. Ich leck dich ab, du blöde Fotzersatz. Das ist gar nicht gut. Oh Gott, ich bin gerade wütend. Also, sie ist gerade wütend. Verdrieseltes Gespräch. Die streiten gerade immer weiter. Ich wollte Freunde machen. Beleidige jetzt jeden. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ob es sich noch weiterfühlt. Nein, die ist weggegangen. Gut. Dann machen wir dir mal einen Gefallen, liebe Marie. Obwohl, einen Gefallen hast du eigentlich nicht verdient. Gehen in den Baumodus. Ich hoffe, das Geld reicht. Gehen auf Hobbys. Ich glaube, das war hier. Ja, 100 ist ja gar nicht zu teuer. Und hier ein Boxsack. Jawohl. Und... Das sagt mir eigentlich auch was Cooles. Eine Staffel haben wir ja schon. Gitarre haben wir auch schon. Bleib mal. Ah, Entertaining-Karriere. Ach wo? Man kann Musik in der Entente... Äh, hätte ich Entertainerin werden sollen. Und nicht. Astronauten. Gut. Komm her. Oh, Dampf ablassen. Dampf anlassen. Komm her. Hallo. Ach, da kommt sie schon. Oh, Narbel. Boah, wie schlägt denn die zu? Das ist doch... Das ist doch lärmerlich. Hygiene. Du gehst dann duschen? Kalt duschen. Oh, sie geht ganz kalt duschen. Ah, jetzt fühlt sie sich einfach nur noch unwohl. Unerträglich erschöpft. Gut, dann machst du draußen ein schönes Nickerchen. Ein faules Nickerchen. Natürlich, sorry. Boah, danach kannst du das auch gleich mal putzen, ne? Macht einfach die Dusche dreckig. Gut, sie macht jetzt ein faules Nickerchen. Und putz es danach. Und jetzt können wir auch wieder warten, bis da ein Victor kommt. Oh, was für ein Zufall. Genau, jetzt ist Victor gekommen. Schaut so, nebenbei. Was macht denn die da? So. Ähm, ihm geht's ganz... Ihm geht's ganz gut. Das heißt, du malst hier weiter. Bis er Hunger bekommt, was er jetzt gleich tut. Dann darfst du was essen. Dann nimmst du dir ein Gericht davon. Und ich hab Geld... Achso, er ist von der Arbeit gekommen. Ah, ich bin wahrscheinlich... Bin ich befördert? Bin ich befördert? Ja, zweimal Kunst... Referenz erfolgreich durch. Forsten, Kunstreferenz. Dieser Maxis macht immer nur Zeug. Gut, warte mal, warte mal, warte mal. Er spielt jetzt... Es ist gut, er spielt jetzt gerade. Sozial ist alles noch okay. Ich will die so schnell es geht auf das höchste Level bringen. Also was von Arbeiten her ist. Sie muss erst bald mit drei erfolgreich über Weltraum schwärmen. Gut, machen wir jetzt gleich mal. Hier ist Hunger. Sie holt sich jetzt was zu essen. Du machst es jetzt nicht sauber, weil du holst dir jetzt was zu essen. Dieser Maxis. So, ein Gericht nehmen. Dich hierher setzen. Und über Problembespiele... Nein, nein, nein. Was macht... Was geht denn bei dem jetzt ab? Was... Was geht denn mit dir ab? Ähm... Mehr Auswahl. Über... Ding schwärmen. Über Karriere. Nein, Lieblingskünstler. Gitarrensolo schwärmen. Mal flirten. Flirten wir erstmal. Gut, jetzt flirten die. Die labern jetzt ganz normal weiter. Und essen. Der schrückt. Und... Ja, bei ihm. Ja, der wird auch befördert. Geil. Ideale Stimmung. Konzentriert. Ich muss jetzt noch zweimal Kunstreferenz erfolgreich... Wie macht man das? Okay. Ähm... Und wähle in der Kateg... Äh... Kategorie forschen. Die Interaktion Kunstreferenz... Durchforschen. Computer können im Baumodus in der Kategorie Büro erworben... Ja. Das weiß ich. Gut, dann würde ich mal sagen... Wie ich das immer sage. Würde ich mal sagen... Er hat genug gespielt. Der Willi. Der hat jetzt aber auch Hunger. Willi. Du machst dir was zu essen. Einen Gansalat. Ne, ich hab keinen. Du machst dir ne Dorte. Du machst dir ne Dorte. Hausst du es weg. Ich geh dann da hin. Geh dann auf... Wo war das nochmal? Ähm... Karriere. Job. Nein. Spiele, Spiele... Warte. Wo war das nochmal? Wo war das nochmal? Bei Computern wählen. In der Kategorie forsten. Ich glaub im Web. Internet surfen, recherchieren. Kunst durchsuchen. Ähm... Forsten. Das will mich eher so recherchieren. Ja, da kunst Referenzen. Ja, forsten. Wenig doof, dass sie hier das Recherchieren genannt haben. Recherchieren. Dass sie es hier Recherchieren genannt haben und hier forsten. Ziemlich doof. Und es kackt wieder ab. Und jetzt läuft's wieder. Ich glaub, daran müsst ihr euch gewöhnen. So, und sie futtert grad zu Ende. Und sie muss erfolgreich über dem Weltraum schmärmen. Wie machen wir das am besten? Weil es ist nicht in der Auswahl. Ich glaub, die muss erstmal... Ja, lassen wir die erstmal einmal da arbeiten. Gut. Lassen wir's laufen. Der Willi holt sich was zu futtern. Das ist gut. Ne, der kocht sich sogar was. Und... Ich... Hör auf, mit ihr zu reden. Sondern geh jetzt nach da. Und durchforste. Zweimal erfolgreich durchforstet. Feuer, warte mal, warte mal, warte mal. Nicht schon... Wieso kann keiner kochen? Ey, das juckt ihm überhaupt nicht, ne? Warum juckt es niemanden? Ah, jetzt geht es. Löschen, natürlich. Aber er selber steht nicht im Grund. Er ist selbstsicher. Ersetzen wir. Und du darfst jetzt Boden putzen. Nimmst jetzt ein Stück. Und... Wat? So, okay, der hat's einmal. Gut, ich dachte, das wär jetzt... Ding. Ähm. Abgebrochen. Sie will jetzt zocken wahrscheinlich. Sie will auch Kunst durchsuchen? Wat willst du mit deiner Kunst, ey? Du darfst Spiele spielen. Du darfst jetzt... Mit Mods, wie geil! Ey, das haben die echt cool gemacht. Welche Motzen erträngeln? Egal. Arriba! So, er futtert seinen Kuchen. Unterhalte dich mit ihr. Hallo. So. Anbrüllen, genau. Willst du über Marsmenschen erzählen? Verrückten Plan. Komm, du darfst den verrückten Plan erzählen. Nimm dein Essen und geh gleich zu ihr. Ja, genau. Labert wen. Habt ne lockere Unterhaltung. Lernt euch erstmal wen kennen. Äh, nix, nix ausschalten. Mehr Auswahl. Freundlich. Da macht die den... Was kann die Marie? Nulloie. Wundfick. Draga Nabisi. Ohohohoho. Fürst bin ich. Wie war das? Harnakwa Dufa? Jetzt mal ehrlich. Was kann sie? Was kann sie überhaupt? Sie macht alles kaputt. Okay, der Willi hat jetzt auch was in Brand gesteckt, aber... Sie war die Erste. Sie hat als erstes was in Brand gesteckt. Ich schlaf gerade, oder? Ja. Der Willi ist auch gleich müde, deswegen geht er jetzt auch schlafen. Und... Nein, stopp, stopp, stopp. Sie räumt es weg. Danach geht sie pipi. Und ausschlafen. Jo, spulen wir wieder alles vor. Vroom, 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 vroom. Was mich auch stört, Autos gibt es nicht. Haben die ja auch extra entfernt. Angeblich, weil die... Nie... Weil die es nicht geschafft haben. Also jetzt nicht zeitlich, sondern... Es ist ein bisschen kompliziert. Und deswegen haben die gesagt... Lieber, wir machen das Spiel ohne Autos. Und fügen die vielleicht später hinzu. Anstatt kaputte Autos im Spiel integriert zu haben. Und dann weiß man halt nicht, ob das... Nur so gesagt ist, weil EA gesagt hat. Ihr müsst das am 4. September rausbringen. So, der erste der Wache ist es wahrscheinlich ich. Ja, ich bin schon wach. Fühle mich sehr unwohl. Ja, weil ich pissen muss. Harfen, Harfen! Schläge üben. Ich übe einfach mal in Schläge. Und danach... Warte mal, sonst ist alles gut. Danach... Nicht Spiele spielen, sondern... Im... Web... Recherchieren und wieder Kunstreferenz recherchieren. Ich will das abgehackt kriegen. Ich will das abgehackt kriegen. Dann würde ich vielleicht auch bald wieder... Befördert werden. Komm, die Muskeln müssen wachsen. So, er recherchiert hier weiter. Sie... Die beiden schlafen noch. Ich warte und 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 warte. Gut, habe ich auch abgeschlossen. Geil. Ah, der macht sich schon was. Das ist gut, die sind sehr selbstständig. Ah, Mann. Gut, dann würde ich mal an dieser Stelle wieder sagen... Yo. Cola mit Eis. I am Chris. Und da können wir gleich wieder sagen...